Herzlich willkommen an der POCO. Wir sind die Studienvertretung von Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur und wir stellen uns jetzt vor. Mein Name ist Edi. Ich bin die Lisa. Hallo, ich bin die Anna. Hi, ich bin die Valerie. Wir sind hier mit Lisa. Ja, aus eurer Studienvertretung vertreten wir eure Interessen. Wir sind also die erste Ansprechperson, wenn ihr irgendwelche Fragen, Probleme oder Anregungen habt. Dafür könnt ihr uns einfach eine Mail schreiben. Unsere Mailadresse findet ihr auf unserer Homepage. Wir haben auch ein Büro im TÜWI im zweiten Stock. Dort halten wir immer unsere Sprechstunden ab. Die Termine für die Sprechstunden geben wir euch in den nächsten Wochen noch bekannt, aber wir können auf Anfrage gerne auch schon jetzt ein persönliches Treffen machen. Hallo, ich darf euch jetzt etwas über das erstsemestrige Tutorium erzählen. Das erstsemestrige Tutorium ist eines der besonderen Dinge auf der BOKU und ist auch irgendwie, finde ich, für den BOKU-Spirit verantwortlich. Es findet heuer vom 27. September bis 1. Oktober statt, also ganz gemerken und in den Kalender einschreiben und ist die Gelegenheit, dass man erstmalige Eindrücke über das Studium sammelt. Es wird dabei die Uni kennenlernen und auch die unzähligen Gebäude der BOKU, was vor allem am Anfang ein ganz großer Vorteil ist, Weiters wird es aber auch Wien aus anderen Sichten kennenlernen, also es ist natürlich auch etwas für die Wiener Untereich und es ist sicher für jeden etwas Neues dabei. Und im Vordergrund steht natürlich auch bei uns der Spaß, der etwas natürlich nicht zu kurz kommt und das Kennenlernen von neuen Leuten, Personen und Finden von Freundschaften, die vielleicht das Leben lang bleiben oder halt Freunde fürs Studium sein. Wichtig ist, bevor das Erstsemestring-Tutorium beginnt, dass sich ein BOKU-Learn anheilt. Das wird am 24. September möglich sein. Hierzu erhaltet ihr aber nur eine E-Mail mit den genauen Informationen. Auf BOKU-Learn wird es dann neue Gruppen geben mit den unterschiedlichen Programmpunkten und ich bin mir sicher, da ist für jeden etwas dabei. Außerdem werden sich auch die Tutoren auf BOKU-Learn näher vorstellen, sodass ihr dann gleich einen persönlichen Eindruck bekommt. Da das Tutorium dieses Jahr in Präsent stattfinden wird, bieten wir euch, folgende Regeln zu beachten. Das Tragen einer FFP2-Maske ist für die gesamte Dauer verpflichtet. Des Weiteren bieten wir euch, einen negativen PCR-Test in der Zeit hinzuführen, auch wenn ihr schon gewissen habt und nicht aufzeits. In eurem ersten Sack empfindet ihr auch einen Gulletest. Wir bitten euch auch, einen Mindestabstand von einem Meter einzuhalten. Dies entspricht einem Lama. Wir wollen euch darauf hinweisen, dass ihr die Möglichkeit habt, am 27.9. und 5.10. euch am Standort Mutgasse und Türken-Schanze mit Jonestown-Jonesen offen zu lassen. Und damit ihr jetzt auch wirklich immer am Laufenden sein könnt und unsere Top-News erhalten könnt, folgt uns doch einfach auf Facebook oder Instagram oder vielleicht sogar beides. Auf Facebook heißen wir stv, Landschaftsplanung, Landschaftsarchitektur oder auf Instagram stv-laplach. Also folgt uns, wir halten euch am Laufenden und informieren euch über die Top-Infos unseres Studienganges. Wir wünschen euch einen schönen Start ins erste Semester und bis bald! Tschüss!